Ja, wir sind hier im Studio. Die Jungs sind beim Schneiden. Für mich hochinteressant. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel Arbeit ist. Aber wenn nicht geschnitten würde, der Film wäre ja unendlich lang, 20 Stunden oder so. Aber es macht viel Spaß. Es ist so wie ein Wiedererleben des Sommers. War eine tolle Reise. Dieser Film wird dann im Oktober im Handel erhältlich sein.